Ach, ne ne ne, hier ist der YouTube Megastar! Axel Afrika. Hier kommt gleich die Pizza drauf. Gabel, Messer, alles da. Und das ist die Pizza. Noch ist sie verpackt, ich hol sie euch raus, ich erzähle euch, was passiert ist. Ich wollte eine Pizza machen, lecker lecker, ist das richtig fein. Hab da vergessen, die rechtzeitig rauszudrücken, dann war sie schwarz. Aber noch nicht komplett schwarz, dann dachte ich mir, okay, wie kann ich aus einer schlechten Situation eine gute machen. Also hab ich die Pizza in den Kamin gepackt, um richtig auf die Kacke zu holen, damit sie richtig schwarz sind und richtig verbrennt. Hab es dann mit Klopapier so angeheizt. Übrigens richtig geil, weil Klopapier brennt richtig gut und dann kann man immer wieder rein. Probier ich es mal aus. Ja, und dann hab ich es halt richtig, richtig, richtig schwarz gemacht und dann einen Monat lang gelagert. Dieser Monat ist nun rum und es ist Zeit, die Pizza auszupacken und zu essen. Wie das wohl schmeckt? Oh ne, was geht das? Oh ne. Alter. Guckt, so sieht eine Pizza aus, wenn sie einen Monat lang versimmelt. Ja. Kann man so machen. Oh ja, hier ist... Oh ja. Da sieht man auch schön den Zimmel. Also nicht nur das gelbe da. Es gibt gelben Zimmel, grauen Zimmel, weißen Zimmel. Guckt mal hin. Hier weiß und grau. Ne, das ist mehr so grau. Hier ist der weiße und das ist... Ne, ja gut. Den gelben seht ihr ja. Der ist am meisten da. Oh ja. Ähm. Gut. Dann legen wir mal los. Jetzt wird's an. Der Moment der Wahrheit. Wie schmeckt so ne Pizza? Ich muss eben ein Bild drehen, damit es auch alles drauf hat. Ähm. Jo. Dann legen wir mal los. Mh. Das wird lecker. Mh. Sag mal. Habt ihr sie nicht für alle? Meint ihr, ich ess das? Wollt ihr mich tot sehen oder was? Das ist jetzt ein Test für euch. Wer von euch wollte, dass ich das jetzt wirklich esse, hä? Wer von euch wollte, dass ich das esse? Wohlwischend, dass ich daran wahrscheinlich verrecken werde. Wer von euch wollte das wirklich sehen? Also absolut unglaublich. Also ich weiß nicht, ob ich je wieder für euch ein Video machen werde. Absolut unfassbar. Ist doch nicht mehr zu fass. Ihr seid nicht. Komm runter. Mach ein geiles Done. Dann hat das Video hoch. Mal anpacken hier. Das in die Hand. Mal anpacken. Mh. Kann man das auch so schnell erkennen? Ja. Kennt man jetzt gut. Oh, das ist ein geiles Thumbnail. Oh ja. Das ist ein Hammer Thumbnail. Wuuu. Mh. Oh ja. Das ist gut. Das ist noch besser. Haha. Oh ja. So. Damit man das für Messer und Gabel sieht. Die Pizza. Oh ja. Haha. Ja. Okay. Like bitte. Okay. Haha. Haben wir uns verstanden. Alles klar. Und halt's nase. Chronicle.